Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich würde mich natürlich wieder darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und wenn ihr kein Vorschau-Video verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. In bester Laune, lassen sich Linda, Steffen und Dirk zusammen fotografieren. Nimmt Steffen Dirk's großzügiges Angebot an? Tim lässt seine schlechte Laune an Amelie aus. Amelie ist irritiert über Tims Trainingsmethode. Tims leidenschaftliche Trängerstunde lässt Amelies Herz entflammen, aber nicht nur für den Polosport. André findet ein Indiz dafür, dass Dirk's Lähmung doch nur vorgespielt ist. Ob es Dirk abstreiten wird? Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Amelie is